Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von AIR. Jawohl, willkommen hier im Heiligtum der Dämmerung. Beziehungsweise eigentlich verabschieden wir uns wieder, weil wir hier fertig sind. Und, ähm, genau, ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, wo es rausgeht. Ich glaube, es geht hier rum raus, ne? Ja, wir haben beim letzten Mal herausgefunden, dass wir jetzt drei Fragmente brauchen, um die Dämmerung aufzuhalten. Und, ja, wir begeben uns auch zum nächsten Tempel. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung, wenn wir raus wollen. Und wir müssen uns jetzt zum Tempel begeben, um, zu den nächsten Tempeln, um die anderen Fragmente zu holen. Eins haben wir bereits. Coole Zeichnung. Dum, 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 dum. Leider können, ah ja, da ist der Ausgang, logisch. Da ist ja auch die Treppe nach oben. Ähm, leider können wir hier nicht fliegen, aber jetzt müsste ich es dann eigentlich gerade laden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dum, dum. Gut. Spiel wird gespeichert. Ich weiß jetzt aber gerade nicht. Die hat uns aber nicht gesagt. Oh, guck mal, da kommen jetzt diese Steine raus. Ist ja cool. Die hat uns aber jetzt nicht gesagt, wo wir als nächstes hin müssen, ne? Nicht, dass ich wüsste. Nun denn. Kommt mir das nur so vor, oder sind hier jetzt viel mehr Steine in der Luft? Kommt mir, glaube ich, nur so vor, oder? Dann begeben wir uns mal zu, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Zu der Siedlung, zu unserer Kollegin, die uns sagt, wo wir als nächstes hin müssen. So, mit voll Karacho-Speed. Ja, bam, wie so ein Saiyajin hier. Aber wir sind noch nicht ganz da. So, tschu. Jetzt. Wo ist sie denn? Es war doch die hier gewesen, oder? Willkommen zurück, Auk. Ich hoffe, dass dir deine Reise gefällt. Aerin ist ganz außer sich vor Freude, dass uns ein richtiger Vogelwandler besucht. Inzwischen sorge ich mich ein wenig, dass sie wieder auf eine ihrer Entdeckungsreisen geht. Einmal machten wir Rast im Norden bei den heißen Quellen und von einem Augenblick zum nächsten war sie verschwunden. Wir suchten überall. Der Sturm der heulenden Gipfel war damals nicht zu tosend, aber dennoch war es sehr kalt. Wir stießen auf eine nahegelegene Höhle und begannen nach ihr zu suchen. Sie besitzte eine Feibel für Verstecke. Feibel. Wie sie herausstellte, war der Bärengeist des Nordens erst vor kurzem dort eingezogen. Aerin saß auf seinem Rücken und plauderte über dieses und jenes. Sollte ich stolz oder besorgt sein? In ihrem Alter bin ich auch ständig weggelaufen, also steht mir ein Urteil nicht zu. Ah, ich werde noch ganz nostalgisch. Pilgerreise, lass mal sehen. Nun geht es zu den Archiven, dem östlichen Tempel. Die Ahnen errichteten dort viele Städte und Monumente. Mehr noch als im Westen oder Norden. Ich weiß, dass John schon oft dort gewesen ist. Man erzählt, dass die ersten Vorzeichen des Zerfalls im Osten beobachtet wurden. Viele der Ruinen wurden von der Natur zurückerobert. Aber wenn du die östliche Treppe nimmst, solltest du es nicht schwer zu finden sein. Also nach Osten. Nach Osten. Westen, Süden, Osten. Osten ist hier. So. Gucken wir mal schon auf der Karte. Ah, das müsste dann hier sein, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass das dort ist. Ähm, das wollte ich jetzt nicht. So. Boah. Das ist ein Hirsch. Ist das schon hier? Errungenschaft freigeschalten. Immer gut, sowas. Ne, hier ist nichts. Nun, dann weiter. Ähm, so. Ah, hier ist hinten ist das wahrscheinlich. Wir sollen die Treppe im Osten nehmen, haben sie uns gesagt. Liefershain. Uh, warte. Wow. Ah, das ist wieder nur so ein Plätscherbrunnen. Aber was haben wir hier? Wow. Keine Ahnung, was das ist. Du, 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 die Treppe im Osten. Boah, das muss doch hier irgendwo sein. Hier leuchtet auch irgendwas. Jawohl. Guck mal, da sind Rehe. Nicht weglaufen. Na gut, okay. Ähm, ne, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich da wieder hoch. So. Flugmeister. Ich bin ein Flugmeister, Leute. Ich bin ein Flugmeister. Okay. Laterne rausnehmen. Und benutzen. Und jetzt? Muss ich da durchfliegen, oder was? Ah, ne. Mhm. Okay. Und das heißt was? Hallo? Ich glaube, ich glaube, Leute, wir müssen dadurch alle durchfliegen. Eins, zwei. Das muss geübt sein. Das kann man nicht so schnell, schnell einfach machen. Seht mir zu. Und lernt. Uh. Das war knapp. Man kann die ganze Sache auch zwar ein bisschen langsamer angehen. Aber wenn schon, dann richtig. Oh, das ist wieder eine Tafel. Einen Moment, Leute. Einen Moment. Da will ich schnell lesen, was draufsteht. Vielleicht gibt es auch eine Errungenschaft. So, schauen wir doch mal nach. Von Urza, das wir lebten, verloren und vermissen. Stadt der Städte, äh, gleißend und tot. Die weiße Schwänen aus Marmor hebt ihren langen Hals elegant in den purpuren Himmel empor. Ihre Augen sind tausend Seelen, die in See des unendlichen Nachmittags im Herzen des Frühlings schwimmen. Ihr Lied, Herzen über Herzen, preist die ewige Schönheit eines kurzen Lebens, gleich eines fehlenden Platz im Herbstwind. Die weiße Schwänen aus Marmor faltet ihre leuchtenden Schwingen in Schweigen und Aschfahler Dämmerung und Wart niemals mehr gesehen. Manchmal richtig schwer, so Texte zu lesen. Weil die mir im ersten Augenblick nicht so Sinn ergeben. Da hinten ist das letzte Tor, wo wir durchfliegen müssen. Können wir ruhig ein bisschen Fullspeed machen hier. Oh, das ist jetzt schon ein bisschen schnell. Gut gezielt? Ja, ja, das zählt. Und jetzt ist das Tor offen? Oder haben wir noch eins? Nö, ich glaube, das ist jetzt offen. Hier ist nichts mehr. Ja, sehr schön. Als hätte ich es geahnt. Nein, das wollte ich nicht. Ah, ist auch gut. So, und rein hier in den Tempel. Was wird wohl als nächstes kommen? Hallo? Ah, jetzt. Das Herz des Waldes. Und hier war die Kleine drin. Ich frage mich, wie die Kleine... Die ist ja anscheinend hier reingelaufen, hat ja die Daina gesagt. Ich frage mich, wie die es geschafft hat, das Tor aufzukriegen. Aber das, meine Liebe, ist auch eine ganz andere Geschichte. Gut. Was ist das denn? Oh. Bist du der Kara? Äh, bist du das? Äh, bist du das Kara? Nein, das kann nicht stimmen. Wer bist du? Ich muss mich befreien. Ich bin schwach. Es liegt am Gestein. Es ist nichts von dieser Welt. Der riss tief in der Höhle. Schließe ihn. Okay, mach ich. Bis gleich. Ich soll den Riss tief in der Höhle schließen. Oh, nee. Muss ich jetzt hier so Jump'n'Run-Einlagen bringen? Oh, oh. Das wird nicht so einfach, glaube ich. Oder vielleicht auch doch. Und jetzt muss ich als nächstes wohin? Ah, darüber. So. Oh, es ist gerade hier. Schön. Und jetzt darunter, nicht? Und jetzt da drauf. Jawohl. Geschlossen. Und der Elch ist frei. Äh, der Reh ist ein Reh. Entschuldigung, nicht ein Elch. Jawohl. Jetzt können wir mit dem reden. Ob das das schon war hier im Tempel? Wir bleiben gespannt. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Du, du hast es geschafft. Ich fühle mich schon viel besser. Ich danke dir. Korokos Schergen drangen in meinen Hain ein. Ihn verlangte es nach der Magie des Ortes. Ich kämpfte, aber ich bin alleine und sie waren zu viele. Wenigstens gelang es mir, das wichtigste Geheimnis zu bewahren. Das ist, wonach sie suchten, nicht wahr? Hier, nimm den Schlüssel. Es war meine Aufgabe, ihn zu beschützen. Und das habe ich auch getan. Ich danke dir, mein Kleiner. Den Rest überlasse ich dir. Gut, ich habe den Schlüssel. Und, ähm, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, mal da hinten wird es irgendwo eine Tür sein, die es jetzt aufzumachen gilt. Wir werden es sehen, meine Lieben. Wir werden es sehen. Dum, 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 dum. Nö, hier ist aber nichts. Muss ich jetzt wieder raus? Und wo anders hin? Hm, da ist auch nichts. Da kann ich auch nicht mehr groß springen. Ich muss wieder raus. Aber wo muss ich denn jetzt hin als nächstes? Da oben ist aber auch nichts. Oder sind wir gerade am Anfang an der Tür vorbeigelaufen? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Bei dem ist aber auch nichts. Und hier ist auch nichts. Also, wir müssen wieder raus. Garantiert. Wir werden schon einen Weg finden, wo wir hin müssen. Tü, 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 tü. Sonst muss ich halt mit der Diner widersprechen. Oh, da ist wieder der Fuchs. Wow. Ah, meine Freundin. Was führt einen Vogel gen Osten? Noch dazu, um Liefer zu besuchen. Oh, also war der Schlüssel die ganze Zeit über bei ihm? Benutze ihn dort, wo er passt. Weiter im Osten und ein wenig nördlich gelegen. Dort, wo auch ich wohne. Aber antworte mir dies. Warum führen die Tempel in die Tiefe, wo doch die Menschen den Himmel nach Antworten suchen? Die Antwort will mir schon seit Jahrhunderten nicht einfallen. Aber nun gut, Mensch. Menschen sind eben etwas Besonderes. Genau, das ist so. Wir sind was Besonderes. Also, was hat er gesagt? Im Osten und ein bisschen nach Norden. Dort, wo auch der Fuchsgeist wohnt. Hm. Schauen wir mal. Das Spiel wurde gespeichert. Also, Richtung Osten. Und dann ein bisschen nach Norden. Also, wird ja dann wohl hier sein. Ich nehm mal an, da unten. Dort. Haben wir ja schon ganz schön was entdeckt. Die Ruinen von Osten. Uiuiui. Ich glaub mal hier in der Mitte, oder? Ne. Hui. Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Wo ist denn hier der Eingang? Hier ist auch nichts. Hier wird irgendwo... Oh shit. Hier wird doch irgendwo was sein. Da sind wieder Rehe. Was haben wir hier? Na, das ist Teil 3. Ah, da kann man pausieren. Schauen wir doch nochmal. Also. Angorion von den Sturminseln. Von seinem Sohn, Tazu. Vater. Mit Bedauern berichte ich dir von dem Verlust der Schneekranich-Bibliothek. Die Palastwache der Stadt Ohn kam des Nachts. Bewaffnet rief sie den Namen ihres Königs Kuruku. Weiterlesen. Sie zerstörten und brandschatzten Häuser und Schriftrollen. Auch uns hätten sie verbrannt. Wäre uns nicht die Flucht gelungen. Wir beobachten alles aus sicherer Entfernung. In Arm der paar kostbaren Schriftrollen, die wir retten konnten. Wir werden die Schriftrollen der Obhut des Klosters im Nordwesten übergeben. Möge Kokorus Zorn nicht bis dorthin reichen und das Kloster zu weit entfernt sein, um seine Gier zu wecken. Der Kranichgeist wird uns bis zur Schneegrenze führen und dann zusammen mit meinem Brief an dich nach Süden zurückkehren. Ich hoffe, es geht dir gut. Okay, aber hier ist auf jeden Fall nicht der Eingang. Da müssen wir jetzt mal schauen, wo der ist. Also den Schlüssel haben wir. Oh, guck mal. Das ist doch der, oder? Oder ist das einfach nur ein normaler Fuchs? Aber er hat gesagt, dort wo ich wohne. Und hier ist so ein Fuchs. Was ist hier drinne? Vielleicht komme ich von der Seite rein. Nee, hier ist auch nicht. Zeig mal, Karte. Er hat ja gesagt, nach Osten und einen ganz kleinen Weg nach Norden. Vielleicht hier drüben. Ah, da sind noch mehr Füchse. Dann ist es aber auf jeden Fall richtig hier. Hier sind wieder diese kleinen, komischen Punkte. Hier, was ist das denn? Ich glaube, wir zeigen, wo es lang geht. Der König befiehlt Veränderung. Laut eines königlichen Dekrets des Gottkönigs Kuruku, König unter Königen, Gott unter Göttern, muss sich ein jeder vor dem einzig wahren Gott verneigen. Ihm und nur ihm gehören die Lande im Osten und das Land der Götter. Kniet nieder und werdet verschont. Weigert euch und eure Tage sind gezählt. So will es der Gottkönig Kuruku jetzt und bis in alle Ewigkeit. Verfasst im zehnten Jahr des Raias in seiner großen Stadt Ohn. Okidoki, dann ist das halt so, wenn der das so will. Aber das gilt nicht für uns, der ist ja gar nicht mehr da. Ich weiß aber jetzt trotzdem nicht, wofür wir den Schlüssel brauchen, den wir gekriegt haben. Wo ist denn hier der Eingang? Ihr seht auch nichts, oder? Nee, da ist nichts, da ist auch nichts. Hm. Da oben vielleicht? Nee, hier ist auch nichts. Dann hier unten aber irgendwo. Da ist doch was. Ist einfach wieder eine Schriftrolle, gell? Die Stämme des Südens sind stolz. Sogar vor dem sogenannten Gottkönig Kuruku verneigen sie sich nicht. Bevor die Städte von Ursra und Oden verbrannt wurden, erkoren viele Wandler das Reh, die Beschützerin, zu ihrem Tiergeist. Aber allmählich verlieren ihre Gedanken in Trübsal und sie gaben den Göttern die Schuld an der Dunkelheit in der Welt. Die Dunkelheit in ihren Herzen breitet sich immer weiter aus. Wenn das stimmt, so existiert doch auch Licht und es gibt Hoffnung. Ich bin Kaschara von den östlichen Inseln und der erste Wandler seit Generationen. Mein Tiergeist erwählte mich und ich werde kämpfen. Ich werde nach Norden ziehen, zum Kloster, um mich dem anderen Priestern anzuschließen. Okay. Hier könnte was sein. Oh, hier ist auch was. Ähm. Ne, hier ist nichts. Ist hier vielleicht was? Oder halt mit der Laterne, ne? Auch nicht. Ne. 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 Wo ist der Eingang? Den ich ja so suche. Hier vielleicht? Da waren wir... Oh, hier waren wir schon tatsächlich. In den Osten und ein klein wenig nördlich. Das heißt eigentlich hier. Meines Erachtens her. Das heißt, es muss doch eigentlich hier oben irgendwo sein. Oder hier unten, ne? Hier ist aber auch nichts. Ne, hier ist nichts. Oder wir müssen halt wirklich... Ne. Das ist hier bei den Burgen. Das Reh berichtet ja auch davon, von irgendeinem Kampf. Machen wir die Laterne aus. Hier siehst du, wie welche miteinander kämpfen. Da waren wir schon drin, ne? Da gab es aber auch nichts mehr zu sehen. Jo, halt höchstens in dem Turm, ne? Oder auf dem Turm. Hier ist nur ein kleiner Vogel. Jetzt habe ich aber echt überall schon geguckt. Aber wo ist denn hier der Eingang? Das kennen wir schon. Das haben wir gelesen. Hm. Da ist auch nichts. Jo. Oder das hier. Auch nicht. Und da oben waren wir schon. Da gab es ja nichts zu holen eigentlich. Hä? Äh, ganz komisch. Jo, meine Lieben. Ich glaube, ich werde an der Stelle mal den Part beenden. Und dann werde ich auch mal schnell nachschauen, wo wir als nächstes hin müssen. Ansonsten gucke ich hier nochmal wieder tagelang durch die Gegend. Das kann es ja nicht sein. Ich gucke jetzt nochmal schnell hier. Aber hier ist nichts. Ich hätte zwar echt gedacht, dass hier drin was ist, aber ist nicht so. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch hat mein Part gefallen. Wenn ja, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.